Fünflange Winter, du hast dich vor der Welt versteckt. Einst, du warst großer Krieger. Ich mache wieder Krieger aus dir. Wie? Du musst hart trainieren. Hart machen, was weich ist. Der Geist muss Herr über Körper sein. Meister, was ist meine Bestimmung? MI7 will, dass du mit nächster Maschine nach London fliegst. Dann du wirst wiedergeboren. English. Keine Sorge. Sie können sich auf mich verlassen. Schläger, Sir. Ich verstehe vielleicht nicht, wie von Golftacker, aber ich weiß, wie man einen Schläger hält. Diese Gespräche sind von überragender Bedeutung. Schurkenstaaten in Südostasien haben begonnen, heimlich Atomwaffen zu entwickeln. Unser wichtigstes Ziel ist es, China für uns zu gewinnen. Englisch. Geben Sie mir 24 Stunden. Johnny English. Jetzt erst recht. Ich sage... Ich sage... Ich sage... Ich sage... Ich sage...